Das ist Hard Enduro. Tausende von Rennfahrern weltweit treten in Hard Enduro Wettkämpfen an. Ihr Spielplatz ist extremstes Gelände. Dort, wo normale Menschen selbst zu Fuß kaum durchkommen. Red Bull Romaniacs gilt als der Mount Everest des Hard Enduro Sports und ist an Schwierigkeit und Härte nicht zu überbieten. Das Rennen wird gleichermaßen geliebt und gefürchtet. Sowohl von Amateuren als auch von Profis. Verantwortlich für diesen Wahnsinn ist Martin Fernandemes. Er ist der Kopf und der Gründer der Red Bull Romaniacs. Wegen seiner unkonventionellen Ideen und den Torturen für die Fahrer wird er oft als verrückt betitelt und er freut sich darüber. Denn Martin ist auch bekannt für seine akribische Arbeit und gilt als einer der professionellsten Motorsportveranstalter weltweit. Ja, also erstens möchte man wirklich selbst überall wissen, wie der Schwierigkeitsgrad ist und vor allem auch für unsere mehreren Klassen. Wir haben ja nicht nur Profistrecken, sondern auch für unsere Amateure. Und da wird es dann eigentlich viel komplizierter, dass man das Niveau gerade so anpasst, dass es noch schaffbar ist und dass die Leute nicht im Wald stecken bleiben. Ich bin jetzt nicht der Erste, der hier gefahren ist. Die Jungs waren zum Teil schon hier. Das wollte ich mir selber anschauen. Ist aber auch irgendwo, das haltet mich auch fit. Also das ist, somit macht der Job Spaß. Klar, das ist grenzwertig. Also wenn es hier regnet, dann gibt es hier Tragödien. Das ist keine Frage. Also bei trockenen Verhältnissen wird es sicherlich ganz toll zum Zuschauen und da wird man super Manöver sehen. Und wenn es so wie jetzt ist, so leicht feucht, dann ist es schon ein bisschen spannender. Und wenn es richtig nass ist, dann wird es also schmerzhaft. Die Episode 4 Jo seasons Jo programma Joens Joens big Joens Joens Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Red Bull Romaniacs sind ein beinhartes Rennen. Doch es geht nicht nur ums Kämpfen und Leiden. Die Schönheit der Landschaft ist atemberaubend. Die Rennstrecke führt die Fahrer tief in die Berge. Mit phänomenalen Aussichten und Landschaften. Die Rennstrecke Hard-Enduro-Fahrer, das sind die Netten. Und eine große Familie. Alles wird geteilt. Die Rennstrecke, die Hotels, die Mahlzeiten und natürlich die Fahrerbesprechung. Wenn die wichtigsten Infos für den nächsten Renntag verlesen werden, sitzt die Welt-Elite des Hard-Enduro mitten unter den Amateurfahrern. Die Infos sind wichtig, um es überhaupt ins Ziel zu schaffen. Und vor allem wohlbehalten. Vier Geländetage und ein Prolog sind eine komplexe Angelegenheit. Das Rennen führt die Teilnehmer über 600 Kilometer durch anspruchsvollstes Gelände in echter Wildnis. Dort draußen werden Freundschaften fürs Leben geschmiedet. Gemeinsam lassen sich die Schrapazen besser überstehen. Freunde im rumänischen Wald zu haben, vereinfacht vieles. Für einige macht es sogar den Unterschied, ob sie die Ziellinie überqueren oder nicht. Ich brauche Platz. Abhöhlen oder Downhill? Downhill. Ich komme hier von rechts. Von rechts. Ja. Ich schluss mich nicht. Danke, Bro. Oh, sorry. Ja, vielen Dank. Danke. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Mist. Sorry. Sorry, Bro. Fuck. Mist. So ein Mist. Hier sehen wir Mario Roman bei der Arbeit. Und wir glauben, Mario Roman hat es nur gut gemeint, als er einem anderen Fahrer schnell und einfach den Berg hinunter half. Sorry, Bro. Big sorry. Die Entschuldigung tut mir wirklich leid. Hard Enduro ist ein vertikaler Sport. Bei den Red Bull Romaniacs werden im ständigen Auf und Ab 30.000 Höhe. Meter gefahren. Vor allem ist es steil. Sehr steil. Steiler als alles, was die meisten Fahrer bis dahin gesehen haben. Radlosigkeit macht sich breit. Unmöglich. Wie soll ich da bloß hochkommen? Doch es ist nicht nur steil. Viele Abfahrten sind so endlos lang, dass die Bremsen überhitzen. Sehr zur Freude der Mechaniker, die nachts nun noch eine Stunde länger brauchen, um die Bremsflüssigkeiten zu wechseln. Die Bremsflüssigkeit Die Bremsflüssigkeit In der ersten Auffahrt war ich so gut unterwegs, doch am Ende, in der letzten Kurve, bin ich gestürzt. Aber es geht mir gut. Bis später. Nudeln? Mag jemand Nudeln? Hier gibt es was zu essen. Martin, gut gemacht. Danke dir. Ja, das war ganz interessant. Das habe ich jetzt in 16 Jahren Red Bull in Rumänien noch nie gemacht, dass ich mal einen ganzen Goldrenntag gefahren bin. Aber es war ganz geil. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, das ist einfach eine Riesenherausforderung in seiner Könnensklasse das Rennen zu fahren. Weil es ist für jede Klasse schwierig. Und die eigenen Fahrer, die heute hier ankommen, die sind dreckig und verschwitzt und fertig. Und die Goldklasse fährt das gleiche in grün. Also den Tag ins Ende zu fahren, das braucht einfach viel Kraft und viel Überwindung. So wie die Strecke heute ist, würde ich sagen, das ist einfach ein richtiger Red Bull Rumänien extra. Da ist alles dabei. Da sind für alle Klassen immer wieder schwierige Passagen dabei, aber auch wieder flüssige. Also ich glaube, es haben heute sicherlich doch einige ins Ziel geschafft, aber nicht alle. Es gibt vier verschiedene Rennklassen. Für jeden Level ist etwas dabei. Die besten Fahrer starten in der Goldklasse. Weltweit gibt es nur ca. 40 Fahrer, die es in dieser Klasse bis ins Ziel schaffen. Es ist ein sehr kleiner, elitärer Club. Im Hard-Enduro-Sport gibt es nur wenige Profis. Einige der Starter in der Goldklasse sind Werksfahrer, die ganzjährig für die Motorradmarken starten und bezahlt werden. Alle anderen sind Amateure. Sie finanzieren ihre Rennen mit normalen Jobs als Anwälte, Schreiner, Ärzte, Lastwagenfahrer oder Künstler. Sie kommen aus der ganzen Welt und treffen sich jeden Sommer in Rumänien. Das ist Danny Melvin, seit vier Jahren mein Partner, mein persönlicher Held. Willkommen aus Hollister, Kalifornien, in den USA. Ich muss mich nur ums Fahren und das Motorrad kümmern, den Rest macht morgen. Sie kümmert sich um alles. Manchmal fühle ich mich betreut wie ein Werksfahrer. Danny Melvin ist Amateur. Er wird nicht bezahlt, um zu starten. Im Gegenteil, Danny muss für alle Kosten selbst aufkommen. Er ist ein Feuerwehrmann aus Kalifornien, der den Trip nur durch massive Überstunden während der schlimmen Waldbrände letztes Jahr finanzieren konnte. Danny war schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt. Die ganze Geschichte hat mich verändert. Das hier ist das härteste Enduro-Rennen der Welt. Ende. Jeder, der einmal hier war, wird das bestätigen. Ich habe so viele angesehene und großartige Fahrer hierher kommen sehen. Stolz und zuversichtlich. Dann sind sie alle wieder nach Hause gekommen. Kleinlaut und gedemütigt. Von den Jormaniacs habe ich in Motorradmagazinen gelesen. Und ich war mir sicher, das ist mein Ding. Seitdem träume ich davon, hierher zu kommen und zu starten. Ich will mich etwas zurückhalten. Das fällt mir schwer. Und stattdessen strategisch klug fahren. Das ist ein Marathon. Kein Sprint. Ich stelle mir das Rennen als fünf unabhängige Tage vor. Eigentlich als fünf eigenständige Rennen. Und bei fünf Rennen in Folge wird es immer irgendwann Probleme geben. Wenn man sich darauf einstellt, Probleme zu haben, kann man besser damit umgehen. Die beschaulichen Landschaften im Süden von Sibiu in Rumänien empfangen die Rennfahrer am Morgen des ersten Tages mit freundlichem Wetter und in entspannter Atmosphäre. Die Fahrer sind nervös. Sie sind auf unsagbare Torturen eingestellt. Einige fragen sich, ob das eine gute Idee war. Es ist ungewiss, ob sie nach vier Tagen im rumänischen Wald heil ins Ziel kommen. Für die Werksfahrer steht noch mehr auf dem Spiel. Sie fahren auf Sieg oder wenigstens auf Punkte in der Meisterschaft. Dafür gibt es trotz steilem Gelände und unwegsamen Passagen nur zwei Geschwindigkeiten. Schnell und sehr schnell. Letztjahres Sieger und Start Nummer eins, Wade Young, ist Scherko-Werksfahrer und kennt sich mit Druck aus. Er geht das Rennen versiert, hart und schnell an. Bei den Red Bull Romaniacs können Kleinigkeiten verheerende Folgen haben und die Hoffnungen auf einen zweiten Sieg schnell zerstören. In einer relativ schnellen Passage schlägt Wade Young mit seinem Fuß auf einen Felsen. Trotz der schweren, gepanzerten Stiefel bricht er sich mehrere ziehen. Er fährt trotzdem weiter. Auch am nächsten Morgen tritt der Profi trotz heftiger Schmerzen an und geht wieder ins Rad. Doch es sieht nicht gut aus für den Südafrikaner. Er hat kein Glück in diesem Jahr. Am zweiten Tag stellen sich Getriebeprobleme an seinem Motorrad ein. Nach zähem Kampf muss er schlussendlich das Rennen aufgeben. Das ist ein Rettungspunkt. 60 davon sind über die gesamte Rennstrecke verteilt. Auch wenn das Rennen verrückt ist. Die Sicherheit der Fahrer hat oberste Priorität bei den Red Bull Romaniacs. Da habt ihr den Hubschrauber schon wieder in Silvio zurück oder ist das eine neue Regierung? Das System für die Sicherheit der Fahrer ist ausgeklügelt und komplex. Täglich sind über 40 Helfer daran beteiligt. Darunter sind sieben Rettungssanitäter in Geländewagen. Zehn Ärzte, teils auf Enduros unterwegs, Bergretter und sogar ein Hubschrauber. Beim Hard-Enduro ist Stürzen keine Schande und gehört dazu. Es ist Teil der Action und die Zuschauer lieben es. Zum Glück gehen die meisten Stürze glimpflich aus und hinterlassen nur ein paar blaue Flecken, ein paar Dellen am Motorrad und einige Kratzer am Ego des Fahrers. Alle machen Fehler in vier Tagen am Grenzbereich. Hier geht gerade Graham Jarvis über den Lenker. Früher oder später schlägt jeder mal ein. Doch es rappelt kurz, dann wird wieder aufgestanden und weiter geht's. Graham Jarvis ist Tuskwana-Werksfahrer und hat die Red Bull Romaniacs bereits sechsmal gewonnen. Jarvis kennt sich aus im rumänischen Wald. Je härter es wird und je widriger das Wetter, desto größer ist seine Chance, das Rennen zu gewinnen. Und der letzte Tag des Rennens, Offroad-Tag 4, ist perfekt für Jarvis. Nass, rutschig und extrem schmierig. Doch kurz vor dem Ziel endet sein Traum vom siebten Sieg bei den Red Bull Romaniacs. Er rutscht leicht leck und verliert dabei sein GPS. Er hängt sich an andere Fahrer und folgt ihnen bis ins Ziel, doch zu viel Zeit geht verloren. Das kostet ihm den Sieg. Graham Jarvis landet mit Platz 3 auf dem Podium, wo er bereits zum zehnten Mal steht. Er ist etwa doppelt so alt wie die meisten seiner Kontrahenten. Bei den Red Bull Romaniacs muss man immer mit dem Unerwarteten rechnen. Ich kann das Bike draußen, auf der Strecke ganz gut in Schuss halten und notfalls reparieren. Die mentale Vorbereitung war wichtig. Ich habe mich darauf eingestellt, was da draußen alles passieren kann. Ich glaube, ich könnte es schaffen, ins Ziel zu kommen. Die zwei Dinge, die mich daran hindern könnten, sind eine Verletzung oder ein Ausfall des Motorrads. Mein Daumen hat mir großes Augen gemacht, aber es ging. Ich habe ihn mir beim Training ein paar Tage vor dem Rennen gebrochen. Wir haben etwas an meinem Griff herum gebastelt und eine Mulde für meinen Daumen gebaut. Das funktioniert ganz gut. Ein wenig amerikanische Erfindungsgabel. Das Streckendesign ist relativ schwierig. Es ist eine ganz enge Gratwanderung. Weder zu schwierig noch zu leicht zu sein. Und es kann dann sehr schnell passieren, vor allem mit einer Wetteränderung, dass es sich dann doch in die jeweilige andere Seite wendet. Wir haben über 20 Trackmanager, die um die zwei Monate im Gelände sind, um die Strecke zu präparieren, vorzubereiten, markieren. Viele Fahrer träumen davon, einmal als Red Bull Romaniacs Trackmanager zu arbeiten. Internationale Fahrer aus der ganzen Welt bewerben sich. Und jedes Jahr stoßen einige neue Kandidaten zur Mannschaft. Das ist nichts für Anfänger. Fahrkönnen ist gefragt. Und Zähigkeit. Die zwei Monate sind extrem hart. Die Trackmanager finden die Routen, machen sie fahrbar, testen und markieren sie. Es ist fast unmöglich, den perfekten Schwierigkeitsgrad für die Rennstrecke zu finden. Man will es so hart wie möglich, aber es muss irgendwie zu schaffen sein. Es gibt so viele Variablen. Das Wetter ändert sich ständig. Alles, was man tun kann, ist ein Bestes geben. Wir streben nach Perfektion, aber ich glaube nicht, dass wir die erreichen. Wir sind jetzt hier draußen, weil ich glaube, der Abschnitt ist zu schwer. Ich bin nervös und will nicht, dass die Fahrer mich hassen. Man könnte schon sagen, ich bin nicht immer einer Meinung mit Martin. Ja, der Mike ist ein sturer Hund. Und wenn er glaubt, er kann sich mit seiner Meinung durchsetzen, dann wird er gleich unrund. Martin ist manchmal leicht sadistisch. Der Einstieg unten geht gut und macht Spaß. Aber oben wird es einfach nur sinnlos. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen vom Streckendesign. Und summa summarum schauen wir eh relativ genau in die gleiche Richtung. Aber es liegt ja eher an der Kommunikation, würde ich mal sagen. Das rutschige Gras, das bin ich nicht gewöhnt. Es ist anders als zu Hause, definitiv anders. Diese Jungs in Europa wissen, wie man im Regen fährt. Das ist mal klar. Es gab da eine felsige Passage, da hing ich eine Weile. Die Jungs der Silberklasse steckten fest. Dann kam Garcia. Er hatte eine gute Linie. Und ich denke mir so, keine Ahnung, ob ich die auch nehmen kann. Er prescht hoch und zieht voll durch. Naja, es hat funktioniert. Und irgendwie bin ich dann auch durchgekommen. Der Spanier Alfredo Gomez startet in diesem Jahr seinen sechsten Angriff auf die Red Bull Romaniacs. Nach dem Tagessieg an Tag 2 sah es vielversprechend aus für den Husqvarna-Werksfahrer. Gomez, der die Romaniacs bereits viermal in den Top 5 abgeschlossen hat, aber noch nie als Sieger, hat seinen Traum von der Nummer 1 im greifbaren Nennen. Nach fünf Renntagen in einigen Dutzend der schwierigsten Sektionen der Welt trennen ihn nur 40 Sekunden vom führenden Manuel Lettenbichner. Sein Sieg hängt jetzt lediglich davon ab, wie gut er die finale Gusteriza-Zielauffahrt meistert. Doch er hat kein Glück, bleibt mehrfach hängen und muss sich mühsam hocharbeiten. Das kostet ihn viel Zeit und den Sieg. Alfredo Gomez muss sich mit Platz 2 zufrieden geben. Im Hard-Enduro nutzen 90 Prozent der Fahrer ein 300-Cubik-Zweitakt-Motorrad. Das Standard-Arbeitsgerät ist leichtfüßig, einfach in Stand zu halten und wiegt ca. 110 Kilogramm. Die Motoren haben jede Menge Drehmoment und eine ausgewogene Laufkultur mit gutem Drehzahlband. Die Bikes sind mit speziellen, rutschfesten Sitzbänken, super weichen, griffigen Reifen und extrem sensiblem Fahrwerk ausgestattet. Die Story von Andreas und Manuel Lettenbichner bei den Red Bull Romaniacs ist eine echte Familiensaga. Vater Andreas hat das Rennen 2009 gewonnen, gegen etablierte Konkurrenz wie Cyril Desprez, Chris Birch und Graham Jarvis. Heute, genau zehn Jahre danach, folgt Manni den Fußstapfen seines Vaters aufs Podium und gewinnt die Red Bull Romaniacs. Der 21-jährige KTM-Fahrer ist der jüngste Gewinner in der Geschichte des Rennens. Und er hat hart dafür gekämpft. Es ist sein fünfter Versuch. Zum ersten Mal tauchte Manni 2015 zusammen mit seinem Vater auf, war aber von der Härte des Rennens überwältigt und verletzte sich. Trotzdem hatte er Blut gelegt und wollte die Romaniacs beziehen. 2016 war es dann soweit. Manni schaffte es als Zwanzigster ins Ziel, 2017 dann als Vierter. Eine Stunde hinter Graham Jarvis. 2018 kam er zum ersten Mal in Reichweite zum Sieg, musste sich aber Wade Young mit zwei Minuten in einem spannenden Finish geschlagen geben. Spannend bleibt es auch in diesem Jahr. Diesmal findet das Duell zwischen Manni und Alfredo Gomez statt. Manni kann sich zwei Minuten vor Gomez ins Ziel kämpfen. Das ist der Sieg. Vater und Sohn feiern gemeinsam. Ich habe mein erstes Red Bull Romaniacs beendet, davon habe ich seit 2004 geträumt. Es ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt. Das ist der beste Sport der Welt. Das härteste Enduro-Rennen der Welt. Und ich glaube, jetzt gerade bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Das ist der beste Sport 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 der Welt.